Hey, mein Name ist Ben Empstädt. Herzlich Willkommen bei Stich.TV, 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Offline mit Freundinnen. High Heels oder Sneakers? High Heels. Dein Lieblingsessen? Ähm, Pizza. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Ähm, meine Eltern wissen alles über mich, glaube ich, hoffentlich. Morgens im Bad brauche ich? Morgens im Bad brauche ich ungefähr eine halbe Stunde. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Ich glaube, ich würde eher auf Musik verzichten. Facebook oder Instagram? Instagram. Lieber für immer taub oder stumpf? Bitte? Lieber für immer taub oder stumpf? Ähm, denn für immer stumpf. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Ähm, bei mitten im Leben. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Äh, vertrauenswürdig. Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Ich bin ein absoluter Nachtmensch. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Äh, Whisky-Cola. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Äh, von niemandem. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Niemals. Ähm. Äh, äh, mit dem... Mit, keine Ahnung. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Zum Essen. Bis zum nächsten Mal.